ja hallo zusammen reaper gaming zurück mit einem neuen video von dockside in diesem video geht es um bauwerke und beziehungsweise base bauen also ich habe schon die erfahrung gemacht ich bin kein ross spieler mir wurde dann bescheid gesagt das ist genau so ein bisschen ross mäßig wenn man eine mauer gebaut hat aus stein kann man dies leider nicht mehr entfernen entsetzen oder zerstören aber es gibt einen weg und dazu muss ich erst erwähnen alpha wolf einen großen lob an sie die mir das weitergeleitet hat und der große lob geht natürlich auch an den twitch streamer max book 73 einen link zu seinem twitch kanal findet ihr um unten in die beschreibung schaut doch mal auch da gerne vorbei und jetzt kommen wir nun zu wie man das jetzt hier umgeht so ihr habt eine bau mauer gebaut mit stein seid nicht mehr zufrieden wollt dies entfernen oder ersetzen dieses spiel hat folgende wirkung wenn ich jetzt eine stufe höher baue ich hole mal mein hammer mal raus so jetzt habe ich eine stufe stufe höher aus anderes material und wie dieses spiel funktioniert wie ich in meiner anderen videos erwähnt hat da habt ihr bei euch in der base so eine kleine ente hier figur idol und die schüssel hier unten müsst ihr reingucken da müsst ihr das material rein tun passend für den bauwerk ihres basis euer base beziehungsweise und hier seht ihr ganz doll im rot weil ich nicht die passenden materialen drin habe für die mauer die wir gerade abgegradet haben von stein auf metall wird entfernt in ungefähr zwei stunden aber das heißt nicht dass es so zwei stunden dauert könnte früher sein könnte auch vielleicht ein bisschen später sein ein anderer tipp was natürlich gegeben worden ist von den beiden anderen spieler ist wenn ihr das machen wollt dann immer nur einzelwände weil das doofe ist wenn ihr natürlich alles auf einmal hier upgraded wegen schneller entfernung schnelles bauen dann irgendwann nicht die komplette base weg und euer ganzer loot crates können von anderen spieler dann natürlich zugegriffen werden das wollen wir nicht nur ein schritt nach dem anderen aber erst mal zur warnung ne das müsst ihr dann selber wissen ob ihr das riskiert oder nicht weil ihr sieht hier bei mir ich habe mehrere stufen und würde ich jetzt das unterfern ist keine garantie dass die oben dann erst mal bleibt also immer in beachtung behalten ja und wie man hier schon sieht zack hat nicht lange gedauert mauer ist weg so das war die methode ne ich hoffe dieses video hat euch geholfen noch mal einen großen lob an alpha wolf die dame und den herrn max book 73 auf twitch link in die beschreibung und äh das war's für dieses video ich hoffe es heute euch gefallen geholfen daumen hoch kommentare bitte und vielleicht mal abonnieren ne wir sehen uns alle im nächsten video zusammen bis dann tschau